Timo Werner könnte in diesem Sommer mit einem Tauschgeschäft von FC Telfi und Juventus zu Juve gehen. Und zwar das Tauschgeläft soll folgendermaßen ablaufen. Juve will Mathis die Lichter abgeben und dafür Timo Werner tauschen. Könnt ihr euch das Ganze vorstellen? Ich könnte mir es so semi-gut vorstellen. Weil Timo Werner jetzt schon seit 2020 in Chelsea spielt, zwar nicht an seine Leistungen, das muss ich direkt von Beginn an sagen, von Leipzig anknüpft, aber er ist jetzt nicht unwichtig. Er beformte für mich besser als Romelu Lukaku und wenn er geht, Leute, dann gibt es bei Chelsea nur noch Timo Werner. Natürlich könnte man, wenn Lukaku geht, einen neuen Spiele holen. Aber was jetzt mit Matisse nicht schlecht wäre, Antonio Rüdiger geht und Christian Zinn ist wahrscheinlich auch, da hätte man die Lücke mit Gericht gefüllt. Also es gibt eine positive Seite und eine negativ. Die positive ist, falls Werner und Kauke weg sind, die negative ist, ja, dann hat man keine richtigen Störungen. Die positive dafür ist, mit dem Licht würde sich eine Lücke in der Abwehr wieder füllen. Was würdet ihr machen? Schreibt es in die Kommentare, lasst mir einen Abo daumen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao! Bis zum nächsten Mal.